Hallo, heute wollte ich euch zeigen, wie man ein Godmood bekommt. Also man braucht dafür zwei Spieler und ja, und ich zeige es euch jetzt. Hier ist Easybox mit mir und wir machen heute ein Godmood Glitch und in diesem Godmood Glitch müsst ihr auf Start Online Jobs Basis Level. Ich kann jetzt nicht auf Job Spielen drücken, also auf Rennen erstmal dann. Und jetzt, joint mir jetzt gleich nach. Komm, mach mal. Machst du mal, kommst du mal, kommst du mal. Weil die Kamera nimmt auch nicht so alt so lange an. Ja, jetzt kannst du ablehnen. Und? Hat's geklappt? Ach, du weißt ja, wie es geht, ja? Und jetzt zeige ich es einfach bei der anderen Perspektive, okay? Machst du mal jetzt auf und ich zeige es dir mal auf der anderen Perspektive. Warte mal. Ähm, ja. Okay. Dann mal abwarten. Also auf, ich zeige es erst mal euch, wo man eigentlich rein muss. Start. Online Jobs, Jobs spielen. Markiere. Nee, sorry. Von Rockstar stellt. Rennen. Geht ihr auf das achte Basis Level. Und das sieht dann so aus. So. So.